So verlieben sich Jungs vs. Mädchen. Phase 1 Jungs, körperliche Anziehung. In Phase 1 fühlen sich Jungs als erstes von Mädchen körperlich angezogen, während sich Mädchen von Anfang an für die Persönlichkeit und den Charakter des Jungen interessieren. Phase 2 Jungs, Emotionen. In Phase 2 entwickeln Jungs, wenn sie sich verlieben, echte Gefühle. Mädchen, auch sie entwickeln in Phase 2 echte Emotionen. Phase 3 Jungs, fangen Phase 3 nun auch an, sich für die Persönlichkeit und den Charakter des Mädchens zu interessieren. Mädchen, fangen Phase 3 an, sich körperlich von ihrem Gegenüber angezogen zu fühlen. In Phase 4 beginnt bei Jungs der Beziehungswunsch. In Phase 4 beginnt bei Mädchen ebenfalls der Beziehungswunsch.